Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal 2Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute backen wir Sauerteigbrot. Unser Sauerteig-Tourney oder Reise hat ca. vor 2-3 Monaten begonnen. Und für mich oder für uns war Sauerteigbrot selbst wacken immer ein Mysterium. Wenn man das nie vorstellen kann, wie man überhaupt einen Sauerteigansatz herstellt und daraus dann ein eigenes Brot macht. Da braucht man so die Tipps und Tricks, um so ein richtig leckeres Sauerteigbrot zu zaubern. Ja, wir zeigen euch heute ein Sauerteig-Basis-Grundrezept. Und wir können euch jetzt schon verraten, dieses Sauerteigbrot-Rezept wird euch gelingen. Garantiert. Und ich will sagen, legen wir los. Let's go. Das ist nur Dinger. Wurscht. Mach nix. Tschüss. Tschüss. Ja. Check. Für ein Sauerteigbrot braucht ihr natürlich einen Sauerteig. Und wie so ein Sauerteig selbst herstellt, das haben wir euch auf unserem Insta-Kanal unter unseren Highlights Sauerteig zusammengestellt. Dort findet ihr eine genaue Beschreibung, wie ihr aus nur Wasser und Mehl einen Sauerteig herstellt, daraus ein Anstellgut macht, das füttert und auch aufbewahrt. Bevor wir jedoch den Vorteig fürs Brot anmachen, füttern wir unser Anstellgut am Abend davor, meistens so um 22 Uhr. Und fürs Füttern verrührt ihr 40 Gramm vom Anstellgut mit 80 Gramm Robbenmehl und 80 Gramm Wasser. Die Hälfte dieser Masse, also 100 Gramm, gebt ihr in ein Glas. Das ist unser Vorteig und das verwenden wir fürs Brotbacken. Die restlichen 100 Gramm, die gebt ihr in ein anderes Glas, denn das ist praktisch unser aufgefrischtes Anstellgut. Und diese zwei Sauerteiggläser lasst ihr dann über Nacht bei Zimmertemperatur gehen, bis die Masse sich verdoppelt bzw. verdreifacht hat. Am Morgen danach machen wir den Auto-Lüseteig. Dafür benötigt ihr 400 Gramm Weizenmehl mit einem hohen Eiweißgehalt von ca. 12% und 100 Gramm Vollkornmehl. Nun macht ihr eine Mulde und in diese Mulde gebt ihr 350 Gramm Wasser. Das Ganze müsst ihr nicht großartig verkneten oder verrühren, das verrührt ihr nur so lange, bis alles gut miteinander vermengt ist. Den Auto-Lüseteig deckt ihr entweder mit einem verschließbaren Deckel oder so wie wir mit einer Duschhaube ab und lasst ihn eine Stunde ruhen. Danach könnt ihr den sogenannten Window-Pane-Effekt machen. Dabei befeuchtet ihr eure Fingern und Hände mit ein bisschen Wasser und zieht einen Teil des Teiges hoch und wenn sich der Teig so weit dehnen lässt, dass ihr quasi schon fast durchsehen könnt, dann ist der Teig bereit für den nächsten Schritt. Nun macht ihr mit befeuchteten Fingern so kleine Mulde und gebt 100 Gramm Sauerteig hinzu. Das ist quasi der Vorteig, den wir am Abend zuvor zubereitet haben. Den Sauerteig und den Auto-Lüseteig knetet ihr jetzt mit den Händen für eine Minute gut durch, bis alles gut miteinander vermengt ist. Erst danach fügt ihr 10 Gramm Salz hinzu, gebt ein paar Spritzer Wasser oben drauf, damit sich das Salz schneller auflöst und knetet den Teig für weitere drei Minuten mit den Händen. Den fertig geknieteten Teig deckt ihr nun entweder wieder mit einem Deckel oder wie wir mit einer Duschhaube ab und lasst ihn zwei Stunden ruhen. Nach den zwei Stunden könnt ihr wieder sehen, dass die Auto-Lüse ihr Wunder bewirkt hat, nämlich der Teig ist so schön dehnbar wieder geworden. Den Teig gebt ihr nun auf die Arbeitsfläche und jetzt seht ihr schon, dass der Teig kaum Spannung hat. Deshalb wenden wir jetzt die sogenannte Bench-Needing-Methode an. Dafür nehmt ihr den Teig oben, dehnt ihn aus und klappt ihn nach unten. Dann nehmt ihr ihn links, dehnt ihn aus und klappt ihn nach rechts. Und jetzt wiederholt ihr das Ganze von oben nach unten, von links nach rechts. Und jetzt seht ihr schon, dass sich der Teig kaum noch dehnen lässt. Und genau das wollen wir damit erreichen. Nun schleifen wir den Teig zu einer glatten Kugel, was noch zusätzlich für Spannung sorgt. Dann befeuchtet ihr eine Auflaufform mit ein bisschen Wasser, gebt die Teigkugel in die Auflaufform hinein und deckt sie mit einer Duschhaube ab und lasst den Teig für 45 Minuten ruhen. Nach den 45 Minuten machen wir den ersten Durchgang vom Dähnen und Falten. Dafür befeuchtet eure Hände wieder mit Wasser und löst den Teig ein bisschen vom Rand der Auflaufform. Nun zieht ihr den Teig mittig langsam hoch und faltet ihn nach oben hin um. Das wiederholt ihr wieder, das heißt wieder langsam hochziehen und falten. Jetzt dreht ihr die Schüssel um 180 Grad, da sie die Fingern wieder ein bisschen befeuchten. Und macht das gleiche auf der anderen Seite, das heißt wieder hochziehen, falten, hochziehen, falten. Nun macht ihr eine Vierteldrehung mit der Schüssel, dehnt den Teig und faltet ihn. Jetzt dreht ihr die Schüssel wieder um 180 Grad, weil das ist die Seite, die wir noch nicht gefaltet haben. Und bei dieser Seite dehnt ihr den Teig wieder und faltet die beiden Teigseiten übereinander. Über die Auflaufform gibt es nun wieder das Duschhauberl und lasst den Teig für weitere 45 Minuten ruhen. Wir stellen uns da immer einen Timer auf dem Handy und haben uns zusätzlich noch in den Notizen so einen Zeitplan abgespeichert, wo wir jeden Arbeitsschritt nach der Durchführung abhacken und somit den Überblick nicht verlieren. Den Zeitplan findet ihr auch in der Beschreibung. Nach den 45 Minuten ist es Zeit für das zweite Dehnen und Falten. Mit den befeuchteten Händen löst ihr den Teig vom Rand der Auflaufform, dann zieht ihr ihn mittig wieder langsam hoch und faltet ihn, zieht ihn wieder hoch und faltet ihn. Das wiederholt ihr nun wieder von allen vier Seiten und bei der letzten Seite faltet ihr die Teigländer wieder übereinander. Nun gibt es wieder das Duschhauberl drauf und lasst den Teig für weitere 45 Minuten ruhen. Den Arbeitsschritt in den Notizen abhaken und den Timer auf 45 Minuten stellen. Nach weiteren 45 Minuten ist es Zeit für das dritte Dehnen und Falten und ich glaube jetzt hoppt schon den Dreh raus. Den Teig wieder mittig Dehnen und Falten und das Ganze wiederholt ihr wieder von allen vier Seiten. Bei der letzten Seite faltet ihr den Teig wieder übereinander und jetzt wird es wieder Zeit für das Duschhauberl. Duschhauberl drauf, Arbeitsschritt abhaken und Timer auf 45 Minuten setzen. Nach den 45 Minuten ist es Zeit für das vierte und auch letzte Dehnen und Falten. Und bei der letzten Seite wie immer übereinander falten. Nun gibt es wieder das Duschhauberl drauf und lasst den Teig für 45 Minuten ruhen. Nach den 45 Minuten seht ihr schon wie sich der Teig quasi verdoppelt hat, vergleicht man es mit dem Anfang. Mit befeuchteten Händen löst ihr nun vorsichtig den Teig vom Rand der Auflaufform, spannt ein Bäckerleinern in ein Gärkörbchen, bestreut es dann mit ausreichend Mehl sowie auch die Arbeitsfläche. Und nun stürzt ihr den Teig aus der Auflaufform und hofft, dass er ganz einfach rausflutscht, falls ein bisschen was hängen bleiben sollte, das macht überhaupt nichts. Und nun formeln wir das Brot. Dafür zieht ihr die linke Seite aus und klappt sie bis zur Mitte hin ein, dasselbe macht ihr dann quasi auf der rechten Seite, das heißt ihr zieht den Teig aus und klappt ihn auch bis zur Mitte ein. Nun nehmt ihr den Teig oben, dehnt ihn aus, rollt ihn, dann dehnen, rollen, dehnen, rollen und schon habt ihr eine super fluffige Teigrolle. Nun bemehlt ihr einen Teigschrauber und dreht damit das Brot um und gebt das Brot dann mit der Nahtseite nach oben hin ins Gärkörbchen hinein. Damit das Brot noch mehr an Spannung gewinnt, klammert ihr das Brot in der Art und Weise noch zusammen und schon habt ihr das Brot gefarmt. Aufs Gärkörbchen geht ihr nun unser wunderschönes Duschhaberl und stellt das Brot für 24 Stunden in den Kühlschrank. Am nächsten Tag heizt ihr den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor und sobald er die Temperatur erreicht hat, gebt ihr einen Gusseisentopf samt Deckel in den Backofen hinein und lasst ihn für 45 Minuten drinnen. Und wenn ihr so einen Gusseisentopf für wir verwendet, ist es praktisch, wenn ihr euch so ein Backpapier zuschneidet wie wir, damit ihr das Brot einfach rein und wieder vom Gusseisentopf rausnehmen könnt. Wenn der leere Topf für 45 Minuten im Backofen war, nehmt ihr das Brot aus dem Kühlschrank raus und stürzt es auf das vorbereitete Backpapier. Und jetzt schneidet ihr das Brot seitlich ca. 1 cm tief ein. Dafür könnt ihr entweder so ein Brotmesser verwenden oder alternativ auch ein Schorfsmesser oder Stähnlmesser. Zusätzlich könnt ihr noch auf der anderen Seite so kleine Schnitte machen und ein Muster einritzen. Und nun nehmt ihr den heißen Topf aus dem Ofen raus, gebt das Brot vorsichtig in den Topf hinein, gebt den Deckel drauf und nun stellt ihr den Topf mit dem Brot zurück in den Ofen. Nach 20 Minuten nehmt ihr den Deckel vom Topf runter, schaltet die Temperatur vom Backofen auf 230 Grad runter und lasst das Brot für weitere 15 bis 20 Minuten im Ofen bzw. bis es die gewünschte Farbe hat. Nach der Backzeit nehmt ihr das Brot aus dem Topf raus, legt es auf ein Gitter und jetzt könnt ihr das Brot entweder eine Stunde auf dem Gitter auskrönen lassen oder ihr wickelt es noch zusätzlich in ein frisches Geschirr durch ein. Das macht das Brot haltbarer. Und fertig ist unser selbstgebackenes Sauerteigbrot. Das Brot ist gebacken und dieser Duft ist schon allein nach frisch gebackenem Brot. Das ist aber unser. Herrlich. Herrlich. Und. Haut euch das mal an. Hört's das? Und dieser Duft, der Duft. Ja. Und dein Blaser da drinnen. Tut es erscheinen? Es ist sehr, sehr. Richtig. Bessere. Hey. Die Fluffigkeit da drinnen. Es kann vielleicht auch sein, dass euer erstes Brot nicht so wird, wie ihr euch das vorstellt. Aber Übung macht in dem Sinne der Meister. Das ist das Wahnsinn. Genau. Und wir haben verschiedene Mehl-Sorten probiert und verschiedene Falt-Techniken. Und jetzt bei diesem Brot-Rezept sind wir mit der Konsistenz drinnen vollkommen zufrieden. Eins fehlt noch. Die Butter. Ich hole jetzt die Butter. Butter! Wo versteckst du dich? Töler nicht mehr. Töler nicht mehr, ja. Ja. Okay. Diese Fluffigkeit. Da biegt nichts. Es ist nicht gespeckig. Es ist einfach fluffig. Und wenn du mal so ein selbstgemachtes Brot hast, allein kaufst du es. What? Es geht schon los, wenn du probierst. Entschuldigung. Ich weiß hier, bis du fertig geredet hast. Das glaube ich jetzt alles nicht. Hey, und du hast nicht einmal gechearset. Das ist ein Wahnsinn. Oh, okay. Das Brot kann ich nicht nassern. Schmädel. Nein, Butter auf. Ich schau. Tschüss. Tschüss. Das ist außen richtig schön knusprig und innen einfach so flauschig. Kann man flauschig sagen? Flauschig. Flauschig. Ich bin so flauschig. Einfach herrlich. Richtig lecker. Und ich finde, was gibt es denn bestes wie ein frisches Brot und Puder? Das kann man in der Früh essen, das kann man nicht essen, das ist ja Abendessen. Herrlich. Wir wissen, es gibt unzählige Sauerteigbrotrezepte. Aber wenn ihr ein Rezept braucht, das gelingssicher ist und richtig, richtig lecker, dann probiert das Rezept aus. Und falls ihr noch Fragen habt bezüglich Sauerteigbrotrezepte oder diesem Rezept, dann schreibt es in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage liebend gerne. Ganz genau so ist es. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt es uns einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Tschüss. Und wir zeigen euch heute zeigen. Und wir zeigen euch heute einen Sauerteigbasis.